Jesus, ich bete dich in diesem Anwend an, denn du bist der König der Propheten, der Propheten, die nach dir gesendet haben. Jesus, ich glaube an dich. Jesus, ich liebe dich, denn du hast im Namen des Wortes durch den Heiligen Geist gesprochen. Herr, wir kommen immer dann mit unserer Sesung nach dir. Wir wollen, dass du unsere Herzen einköst.